Das folgende Video wird präsentiert von firma.de, dein Partner Nummer eins für erfolgreiche Firmengründungen. Auf dem firma.de Marktplatz bekommst du für deine Firma alles aus einer Hand. Hier kannst du dein Gründungspaket und weitere Bausteine wie Buchhaltung einfach online buchen und schnell durchstarten. Herzlich Willkommen bei Venture TV. Herzlich Willkommen Tom Bachem. Tom, wir haben mal wieder das Vergnügen. Es ist eine Weile her, dass wir uns zum letzten Mal zum Interview getroffen haben. Das war in Köln im Stadion. Da, wo du eigentlich herkommst. Da bist du ja Kölner. Jetzt stehen wir gerade in Berlin. Du bist ziemlich oft hier. Erzähl mal, was dich so nach Berlin treibt und dann reden wir noch darüber, was du gemacht hast. Aber warum bist du jetzt gerade hier? Jetzt gerade bin ich hier bei der ExitCon. Das ist eine Konferenz, die wir vom Bundesverband Deutscher Startups organisiert haben. Deswegen bin ich jetzt extra angereist. Ich bin generell auch deshalb sehr oft in Berlin, weil wir eben mit dem Bundesverband Deutscher Startups hier sehr viel machen. Da beschäftigen wir uns auch sehr viel mit der Politik, vor allem mit der Bundespolitik. Und die sitzen nun mal hier in Berlin. Darüber hinaus ist Berlin natürlich einfach Gründermetropole und Gründerhauptstadt in Deutschland. Und das weiß ich natürlich auch. Also da hast du schon ein Thema angesprochen, was dich wirklich sehr bewegt im Moment. Bundesverband Deutsche Startups. Das ist wirklich so der Interessensverband für alle deutschen Startups. Da sind die Startups organisiert, sprechen mit einer Stimme zur Politik und machen das, wie ich finde, auch sehr, sehr gut. Seit zwei Jahren jetzt ungefähr warst du einer der Initiatoren zusammen mit dem Florian Nöll und dann noch ein paar anderen, die mitgemacht haben. Es ist aber auch bei dir jenseits vom Bundesverband einiges passiert. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal über Sevenload gesprochen. Inzwischen gibt es über Fliplife zu berichten. Dann gibt es Lebenslauf.com. Das ist ein Projekt, was du gerade geexited hast an Xing. Und es gibt auch noch ein Projekt, das ist noch ein bisschen in der Schwebe. Da geht es um die Code University. Und da willst du das Coden den jungen Leuten ein bisschen näher bringen. Aber das ist im Moment noch ein Gedankenkonstrukt. Erzähl mal erst mal über den Exit bei Fliplife. Wie sah das aus? Wo habt ihr verkauft oder wo steht das Projekt jetzt? Ja, zwischenzeitlich fängt es an zu regnen. Wir hoffen, dass es bleibt im Eisern stehen. Ne, also Fliplife habe ich zusammen auch mit dem IBO, mit dem Ibrahim Efsern eigentlich unmittelbar nach unserem Sevenload Exit in 2010 gegründet. Das war auch wieder eine ganz, ganz wilde Zeit und wildes Startup, was im Online Gaming Bereich ist allerdings mittelmäßig erfolgreich nur gelaufen. Wir haben das dann in Form eines, ich sag mal fast schon Talent Exits, an Kaiser Games in Köln verkauft. Das ist der größte Spieleportalbetreiber, der eben glücklicherweise auch in Köln sitzt und dessen Inhaber auch ein langreger Freund von mir ist. Und danach habe ich einerseits begonnen Lebenslauf.com zu programmieren. Das ist ein Online-Lebenslauf-Editor, der Menschen einfach dabei hilft, ein möglichst professionelles PDF-Dokument zu erstellen mit dem eigenen Lebenslauf. Das ist entstanden aus ganz persönlichen Erfahrungen, nicht von mir persönlich, aber aus meinem direkten privaten Umfeld, wo mich einfach Leute gefragt haben, kannst du mir mal helfen bei meinem Lebenslauf? Du bist doch hier der Typ, der sich mit Computern auskennt und so. Und dann dachte ich mir irgendwie, da muss es doch was Besseres geben, als das jetzt wieder in Word und mit PDF-Konvertierung und so zu machen. So und das habe ich erst mal als Hobbyprojekt entwickelt, weil ich ja auch leidenschaftlicher Softwareentwickler bin und das natürlich in meinen Startups nie vollständig ausleben konnte, weil auch genügend Managementaufgaben wahrzunehmen waren und das habe ich dann da ausgelebt. Und das Projekt hat sich also nebenbei dann sehr gemausert und dann kam irgendwann so, sage ich mal, Mitte 2013, Ende 2013 Punkt, wo ich realisiert habe, okay, das ist mehr als nur ein Hobbyprojekt geworden. Und das ist auch ganz schön profitabel, weil ich habe dann irgendwann angefangen, für die PDFs auch Geld zu nehmen. Und dann kam Xing eigentlich auf mich zu und wir sind dann beide in Gespräch gegangen, weil ich glaube, ich überlege gerade, ich glaube, das ist die erste Akquisition von Xing seit wieder einiger Zeit nach Kununu. Davor gab es nur Amiando, weil wir einfach gesehen haben, dass es dann super fit gibt, super viele Synergien gibt und so weiter und so fort. Sagt ihr irgendwas über den Kaufpreis? Ja, also der hängt, wie so oft, von einigen Meilensteinen ab und Earn-Out basiert und so. In der Presse war, glaube ich, manchmal sechsstellig zu lesen. Je nachdem, wie der Earn-Out ausfällt und ich bin da sehr, sehr optimistisch, wird das nicht sechsstellig bleiben. Okay, alles klar. Das war schon ganz solide für ein Projekt, was irgendwie dann doch nur so ein bisschen als Hobby angefangen hat und so. Ja, vor allem ohne Investoren und ohne Mitarbeiter. Hast du auch gar nicht mitgekriegt, hast du schön nebenbei dran gebaut, ohne dass man das groß im Markt gemerkt hat. Ja, da waren, glaube ich, echt viele überrascht. Ganz interessant ist, dass viele auf mich zukamen danach und mir sagten, ach, ich wusste gar nicht, dass das von dir ist. Ich habe das schon dreimal benutzt oder so, aber mir war gar nicht klar, dass das von dir ist. Und ich habe auch, da ich ja auch als sozusagen One-Man-Company in dem Fall auch den Support vollständig selbstständig gemacht habe, habe ich auch öfter Support-E-Mails bekommen von Leuten, die ich kannte. Ja. Das war ganz witzig. Und dann habe ich immer zurückgeschrieben, ja, hi, Tom hier, übrigens Projekt von mir, interessanter Lebenslauf, by the way. Hier, ich habe dir mal geholfen und die Leute waren dann immer, ich glaube zwar positiv, aber immer etwas erschrocken. Ja, das hört sich ja gut an, finde ich. Ich würde dir gerne noch mal eine Frage zu Fliplife stellen. Ihr habt da ja wirklich euch in ein Terrain vorgewagt, was, als ihr es gestartet habt, sehr, sehr heiß war. Online-Games, jeder wollte es machen, da gab es riesen Finanzierungsrunden. Für euch war das aber ziemlich neu. Das war echt ein Bereich, wo ihr euch gar nicht auskanntet. Ihr habt das gewagt, euch in diesem ganz neuen Bereich vorzuwagen. Würdest du das noch mal machen, so aus heutiger Perspektive, dir so einen Bereich zu suchen, wo du erstmal nicht viel Ahnung von hast? Oder würdest du sagen, nee, das hat sich jetzt auch nicht so sehr positiv entwickelt, eben weil wir keine langzeitige Erfahrung hatten? Also grundsätzlich würde ich das auf jeden Fall wieder machen, in Bereiche zu gehen, von denen ich noch keine Ahnung habe. Ich glaube, das gehört zum Unternehmertum dazu. Ich würde aber das nicht mehr im Spielebereich machen, weil tatsächlich der Spielebereich sehr, ja man sagt ja so schön, hit-driven ist. Und man da schon, es ist letztendlich sehr wenige Player gibt, die sich dort behaupten können und diese Player dann doch Erfahrung haben sollten. Wir hatten die Hoffnung, dass auch im Spielesegment, sag ich mal mit unserem gewohnt analytisch unternehmerischen Vorgehen sozusagen, wir auch dort Produkte iterativ und Stück für Stück hochziehen können. Aber es hat sich dann doch gezeigt, so eine Spielmechanik wirklich von vorne bis hinten rund hinzukriegen, das ist nicht so leicht. Und wir haben auch versucht, vieles anders zu machen als andere Spiele, was wahrscheinlich einfach zu gewagt war. Weil wenn man sich letztendlich umschaut im Spielemarkt, merkst du, dass immer wieder dieselben Mechaniken hinter den Spielen stecken. Also du hast immer wieder, du hast zwar einen anderen Anstrich und so weiter und tollere Grafik und was weiß ich nicht. Aber die grundlegenden Mechaniken, da gibt es nur eine Handvoll, sag ich mal. Vielleicht lass es irgendwie maximal 20 verschiedene Spielmechaniken sein, die es so überhaupt gibt. Im, ich sag mal, Casual- und Mobile-Gaming-Bereich, die werden halt immer wieder ausgeschlachtet. Und damit wollten wir uns auch nicht so ganz abfinden. Wir haben immer gesagt, nein, da muss es doch was Neues geben und das ist aber nicht so leicht. Okay, alles klar. Ja, Learning, alles gut, jetzt geht es weiter. Dein Projekt Code University, worum geht es denn da eigentlich? Es ist ein Projekt, was mich jetzt wirklich seit neun Jahren knapp umtreibt. Und zwar seit ich selber damals nach einer Studiengelegenheit gesucht habe. Ich habe dann schlussendlich BWL studiert an der Cologne Business School, das ist eine kleine private FH in Köln. Und habe mir, aber ich war Softwareentwickler seit meinem zwölften Lebensjahr. Und habe mir eigentlich Ausschau gehalten nach etwas, wo ich diese Softwareentwicklungskomponente auch weiter treiben kann. Allerdings waren mir dann Informatik und ähnliche Studiengänge waren mir zu theoretisch, zu mathematisch. Ich war irgendwie immer ein Macher sozusagen, auch was ich da schon programmiert habe. Skriptkiddy, wie auch immer man das nennen will, ich war einfach wirklich, ich habe gerne die Ärmel hochgekrempelt. Und mir kam das nicht so vor, als sei das im Informatikstudium auch so. Und habe dann an der Business School erlebt, wie denn so eine kleine private Uni ist und wie das funktionieren kann. Und bin eigentlich seitdem auf dem Trip, sage ich mal fast, dass ich sage, wir brauchen sowas für Techies. Wir brauchen ein viel praxisnäheres Informatikstudium. Wir brauchen zwar sicherlich auch das Informatikstudium, so wie es heute ist, für viele Bereiche. Aber für die Leute, die wir im Internet suchen und speziell die wir in den ganzen neuen Bereichen im Internet suchen, da brauchen wir, glaube ich, eine Ausbildung, die viel mehr Hands-on ist. Die aber trotzdem irgendwo auch ein akademisches Fundament hat und auch trotzdem ein Studium ist. Das heißt, klar, wir haben natürlich Ausbildung zum Anwendungsentwickler. Wir haben Berufsschulen, die das ganz gut machen. Aber letztendlich, letztendlich würde ich fast so weit gehen, zu sagen, ich wünsche mir eigentlich eine Art kleine Elite-Uni für Web-Entwickler in Deutschland. Und das läuft bei mir unter dem Projektnamen Code University. Ich bin da seit vielen Jahren in Planungen, in Gesprächen. Vielleicht nehme ich mir da auch ein bisschen viel vor, weil ich möchte das Ganze gerne direkt staatlich akkreditiert machen. Und da kommt natürlich einiges auf einen zu. Man muss sowas auch finanzieren. So eine Hochschule hält sich schwer selbst über Wasser, selbst mit Studiengebühren. Aber ja, da könnte ich also stundenlang drüber reden. Und ich hoffe, dass das Projekt noch Realität wird. Ja, also du gibst nicht auf. Neun Jahre schon dran, aber längst noch keine Zeit, da irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Es geht weiter bei dir. Ja, also sagen wir mal, der Gedanke befindet sich seit neun Jahren in meinem Kopf. Und ich sag mal, seit zwei Jahren bin ich jetzt wirklich realistischer dran. Und ja, dann kommen ja immer wieder so Projekte wie lebenslauf.com dazwischen, wo die eigentlich ein Hobby waren und dann leider zu einem Business geworden sind. Was hältst du denn von den ganzen Online-Code-Lern-Plattformen, wo du einfach dich vorsetzen kannst? Und da wird ja wirklich im Online-Kurs Programmieren beigebracht. Ist das irgendwie vielleicht sogar ein gleichwertiger Ersatz für die Code University oder dann doch nicht? Nee, überhaupt nicht. Also es ist ganz wichtig, dass man da unterscheidet. Also ich finde das alles sehr toll, was da passiert. Du meinst jetzt sowas wie Codecademy und so wirklich. Ich glaube aber, dass es überhaupt kein Ersatz ist, weil was ich, worauf ich letztendlich abziele, sind wirklich, ja ist das Primärstudium, sind junge Leute, die gerade ihr Fachabitur, Abitur haben, heutzutage dann irgendwie 17, 18 Jahre alt sind und schon erste Erfahrungen wahrscheinlich mit dem Programmieren als Schüler gesammelt haben und das jetzt vertiefen wollen. Und die setzen sich wahrscheinlich nicht ins Kinderzimmer und gucken irgendwie ein paar Jahre lang Videos oder machen ein bisschen Codecademy, sondern was für junge Leute ja vor allem wichtig ist, ist auch andere kennenzulernen und sein eigenes, ja wie BWLer sagen, Netzwerk aufzubauen. Ja, aber ich selbst habe immer gemerkt, das meiste habe ich im Leben von anderen gelernt, also von anderen Gleichaltrigen, von Peers, wie man so schön sagt. Und ich glaube auch bei so einer Hochschule ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich selbst bin davon überzeugt, dass der Lehrstoff wahrscheinlich am Schluss maximal 50 Prozent des gesamten Studienerlebnisses ausmacht, wenn nicht noch weniger. Und dass das Wichtigste ist, die Leute zusammenzubringen und zu vernetzen, auch zum Beispiel gebietsübergreifend zu vernetzen. Also ich will gerne nicht nur Softwareentwickler, sondern auch Designer und auch irgendwo Produktentwickler, Softwaremanager, wie auch immer, zusammenbringen. Und ich glaube, diese Kombination, die trägt dann halt ganz besondere Früchte. Finde ich, macht super viel Sinn. Auch gerade das Argument, dass die persönliche Vernetzung und der Austausch einfach sehr viel weiterbringt. Finde ich total gut. Und deswegen würde ich an euch auch gerne einen Aufruf starten, wenn ihr glaubt, dass ihr Tom mit irgendwas unterstützen könnt und ja, da euren Beitrag dazu leisten könnt, dass das Projekt vielleicht doch schneller als gedacht in die Realität umgesetzt wird, dann einfach dich anschreiben. E-Mail-Adresse findet man auch auf deiner Homepage, auch Kontaktformular und alles, was dazugehört. Wie heißt deine Homepage? ThomasBachen.com Da seht ihr jetzt einfach den Tom Anmorsen und vielleicht gibt's schneller als erwartet die Code University. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank dir, dass du da warst, Tom. Danke auch an dich.